Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 119. Episode von Hoax Zeller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer mit der wunderbaren Hoax-Mystress Alexa und dem Hoax-Master Alexander. Die Sendung heute wird relativ voll werden, weil wir am Ende einiges anzukündigen haben. Wir sind offizieller Medienpartner des Deutschen Humanistentages hier in Hamburg. Du sollst das doch nicht am Anfang erzählen. Ich will aber schon mal darauf hinweisen, dass die Folge nach hinten raus wahrscheinlich noch etwas länger werden wird. Und dass sich da doch nochmal alle das Ende mit anhören sollen, weil es ja auch wieder was zu gewinnen gibt. Genau. Richtigerweise sollte man das noch erwähnen. Also dranbleiben lohnt in jedem Fall. Und jetzt machen wir erstmal weiter. Die Story der Woche In einem Labor natürlich mit Schutzbrille und so weiter und so fort, hat der Professor auf einmal über Augenschmerzen geklagt und musste dann auch die Stunde abbrechen. Das Seminar abbrechen, ist dann nach Hause gefahren und es ist später rausgekommen, dass er zu Hause versucht hat, sich die Kontaktlinsen aus den Augen zu entfernen, weil ihm eben die Augen wehgetan haben. Das ging aber nicht, weil wohl die Formaldehyd-Dämpfe noch an der Schutzbrille vorbeigekommen sind und dafür gesorgt haben, dass die Kontaktlinsen fest auf den Augen saßen, wie angeklebt quasi. Er hat noch versucht, sie selber zu entfernen, hat sich dabei fast die Hornhaut abgerissen und musste dann ins Krankenhaus, wo man eben versucht hat, a. die Kontaktlinsen zu entfernen und b. dafür zu sorgen, dass die Augen keinen Schaden nehmen. Das ist ja eine sehr gruselige Geschichte. Ja, furchtbar. Ab da, was dran ist und ob wir demnächst nicht mehr im Labor arbeiten dürfen, klären wir am Ende der Sendung und machen dann erstmal weiter mit unserem Thema der Woche. Thema der Woche Ja, in unserem heutigen Thema der Woche geht es um Erscheinungen. Aus und da geht es schon los. Dem Jenseits, einer anderen Dimension oder… Einer anderen Welt, von einem anderen Planeten. Man weiß es nicht. Es geht heute um die sogenannten Orbs oder auch Geisterflecken auf Deutsch. Ein Phänomen, was in Deutschland, glaube ich, hier bei uns noch nicht mal ganz so verbreitet ist. Und beliebt ist, genau. Das ist eher so im englischsprachigen Raum total en vogue. Und dafür da aber sehr, sehr groß. Warum machen wir da eine Sendung drüber? Weil mit Sicherheit es nicht mehr lange dauern wird, bis auch hier bei uns darüber spekuliert werden wird, was es mit diesen Orbs auf sich hat. Wir beschreiben erstmal das Phänomen vielleicht. Wir werden dann nochmal ein paar Fotos auch verlinken, damit ihr euch das dann hinterher anschauen könnt. Bei Orbs handelt es sich um Erscheinungen, die wir mit unserem normalen Auge nicht wahrnehmen können, die aber sichtbar werden können in Theorien, die man so findet, in Digitalkameras. Und da ist es dann so, dass man auf Fotos, wo die Personen, die auf dem Bild abgelichtet sind oder wenn man, was weiß ich, eine Weide fotografiert oder sonst irgendwas, wo nicht zu sehen ist. Egal was. Eigentlich wurscht drinnen, draußen. Also es ist alles leer und sieht ganz normal aus. Man macht ein Foto und plötzlich ist der ganze Raum oder das ganze Gebiet, in dem man sich befindet, voll mit Elementen, die Lichtreflektionen hervorrufen. Meist rund, zum Teil in schillernden Farben. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch an Werner und Zini erinnern. Man muss sich das Ganze so ein bisschen vorstellen wie Zini, diesen Lichtpunkt, der dann irgendwie wie wild durch die Gegend flitzt. Das Wusslon. Das Wusslon, ja, ein Wusslon, genau. Von Spaß am Dienstag. Genau. Das war eigentlich ein Thema für Schall und Rauch mal in einem anderen Podcast, damals als das Fernsehen gerade bunt war. Ja, also eben Lichtphänomene, die dann auf dem Foto auftauchen. In den Theorien der Anhänger der Orbs ist es eben so, dass auch erklärt wird, wie es stattfindet. Also zunächst mal muss man sagen, dass die Orbs, die Verbreitung von Orbs, sich mit der Verbreitung der digitalen Fotografie erst so richtig groß gemacht hat. Auf normalen analogen Kameras gibt es sehr, sehr selten nur Orbs. All diejenigen, die jetzt sofort sagen, das ist der Lens-Flair-Effekt oder Lens-Glare-Effekt, also das, was man in den Filmen von J.J. Abrams zum Beispiel immer sieht. Also diese Lichtreflektionen, diese Halbkreise, die so im Bild sind, das ist es nicht. Also alle, die sich so zu selbsternannten Experten erklärt haben und mit Orbs experimentieren, Orb-Fotos machen und darüber spekulieren, ob es nun Seelen aus dem Jenseits sind oder Wesen aus einer anderen Dimension, die da mit uns kommunizieren wollen. Die sagen, also man kann ganz klar unterscheiden, was ein echter Orb ist und was eben so ein Kamera-Effekt ist. Und die sagen auch, dass wenn wir mit unserem normalen Auge schauen, dann filtern wir schon mal vor, was wir sehen und was nicht. Und dummerweise filtern wir da irgendwie 91 Prozent von dem heraus, was uns so umgibt. Das heißt, wir sehen überhaupt nur oder vielmehr das Gehirn verarbeitet überhaupt nur einen Bruchteil von dem, was so um uns herum stattfindet. Und das ist ein Grund dafür, dass wir eben die Orbs mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Wenn man aber genug übt, meditiert, sich darauf einlässt, dran glaubt, sich entspannt, dann ist es sogar für ganz Geübte möglich, Orbs mit dem bloßen Auge zu sehen. Sagen zumindest die selbsternannten Orb-Experten. Genau, das Gehirn ist nämlich nicht darauf programmiert, so die Theorie, Dinge wahrzunehmen, die es für das Überleben nicht benötigt. Das ist evolutionär ja auch durchaus sinnvoll, dass es so ist. Die Orbs sind für das Überleben zunächst mal nicht notwendig. Es gibt keine Bedrohung, kein ähnliches. Genau, es gibt ja im Prinzip keine Interaktion zwischen Orbs und Menschen und deswegen nimmt man sie nicht wahr. Was sind Orbs? Ich war gerade schon bei der analogen Fotografie und der Abgrenzung zu den Lensflares, die es gibt, die auch jeder kennt. Die Orbs-Experten sagen, dass sich die Orbs in der Regel in dem Energiespektrum befinden, das entweder leicht in das infrarote Spektrum sich verschiebt oder in das Spektrum des ultravioletten Lichtes. Bei Digitalkameras, im Gegensatz zu analogen Kameras, ist es eben so, dass es einige Modelle gibt, die noch in den Bereich des infraroten Lichtes Aufnahmen oder Strahlen detektieren. Und das macht es halt so bezeichnend, dass man heute mit den Digitalkameras Orbs fotografieren kann. Man kann sogar ablesen, aus welchem Bereich eben ein Orb kommt, weil wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man um manche Orbs so einen blauen Schein herum, um manche auch einen grünen oder orangefarbenen. Und das lässt dann eben genau aus dem Bereich schließen, aus dem der Orb ursprünglich stammt. Und es ist so, dass es für Orbs, das sagt zum Beispiel ein Experte namens Michael Ledworth an ihre, sehr schwierig ist, sich sichtbar zu machen. Also nicht nur können wir mit dem bloßen Auge keine Orbs erkennen, sondern wir wären auch technisch gar nicht in der Lage dazu, weil die Orbs, um sichtbar zu werden, sich erstmal auf unsere Frequenz begeben müssen. Das heißt, sie bewegen sich quasi am Rande von Dimensionen und es gehört schon ein gewisser Aufwand für sie. Sie müssen sich verlangsamen und auf unsere Frequenz einlassen, damit sie überhaupt erscheinen können. In den Theorien der Orb-Anhänger sind Orbs letztendlich das, was wir ohne unsere physische Hülle sind. Es gibt die verschiedensten Theorien, also anders. Es gibt Orbs, die noch nie in einer physischen Hülle geboren worden sind. Es gibt Orbs, die zum Beispiel schon Menschen waren und wiedergeboren worden sind. Oder auch Orbs, die Tiere waren in der Theorie. Und es ist halt immer möglich, für einen Orb theoretisch auch wieder zurück in eine körperliche Hülle zu gehen oder aber in der Energieform zu verbleiben. Der von Alexa schon angesprochene Experte Ledworth hat in seinem Video, das werden wir auch gerne dann verlinken, das könnt ihr euch dann mal anschauen, berichtet von einem Pferd, das schwer erkrankt war, einer guten Freundin. Wo man zunächst versucht hat, das Pferd durch Orbs heilen zu lassen, die das Pferd umgeben haben, was leider nicht gelang. Aber als das Pferd verstorben ist, ist ein anderes Pferd an der Koppel zu dem Leichnam, der abgedeckt war, gekommen. Die Stute war trächtig. Die war gerade trächtig, genau, es war eine Stute. Und man sah dann auf den Fotografien, wie also Lichterscheinungen von verstorbenen Pferd auf die trächtige Stute überwanderten. Und so war es dann relativ klar, dass wahrscheinlich in dem Füllen dann das verstorbene Pferd wiedergeboren werden würde. Ledworth ist da einer der führenden Experten, der hat mehrere, glaube ich, hunderttausende Orbsfotografien gesammelt oder auch selber zum Teil gemacht. Also er spricht sogar von Sessions, die er ständig, fast täglich unternimmt, um eben Orbs zu fotografieren. Gehört auch zu den Leuten, die die Orbs inzwischen selber wahrnehmen können, ohne technisches Gerät, weil er da seit vielen Jahren dran trainiert hat. Und Ledworth sagt, dass unsere Physik, die wir ja so aktuell haben, einfach noch nicht in der Lage ist, genau dieses Spektrum zu beschreiben, in dem die Orbsichtungen stattfinden. Es gibt Theorien, das ist natürlich im Moment auch schwierig zu beweisen, die behaupten, dass die Orbs in ihrer Gesamtheit im Prinzip wie die Bausteine eines DNA-Stranges sind. Denn wenn man sich die Dinge mal genauer anschaut, dann ist ganz klar zu erkennen, dass selten ein Orb wie der andere ist. Also die haben eine ganz klare Struktur und schauen wirklich fast so ein bisschen wie Einzeller unter dem Mikroskop aus, wenn man sie vergrößert und sich dann eben im Detail anguckt. Das ist aber noch die Theorie, dass jeder das Orb eigenständig ist. Ledworth geht noch von einer eventuell höheren Ordnung aus, die dann als DNA-Strang sozusagen ein einheitliches Wesen, wenn sie sich dann vereinigen würden, haben. Und wenn er sagt, dass also eine große Anzahl von Orbs schon hier auf der Erde sichtbar ist und er extrapoliert dann ins Weltall, dann gäbe es also unzählige Mengen von Orbs, die also insgesamt ein großes, gemeinsam zusammenhängendes Wesen sind. Ein weiterer Aspekt bei Orbs ist die Tatsache, du hast es ja schon beschrieben, dass sie im Prinzip in dieser Kugelform ja nur existieren, wenn sie sich uns sichtbar machen wollen. Auch da gibt es Fotografien, wo die Orbs so ein bisschen einen, vielleicht so einen Schwanz, so einen Kometenschweif, wäre es vielleicht eine gute Beschreibung, Kometenschweif haben. Und da ist die Theorie, dass dort die Orbs im Prinzip ein Vortex, eine Art Wurmloch erzeugen, durch das sie dann auch reisen können. Was dann eben auch zeigt, dass die Orbs eben auf einem ganz anderen Dimensions- bzw. Energieniveau eigentlich existieren. Das kann man an den Fotografien dann auch sehr, sehr gut erkennen, nämlich dann, wenn sie sich gerade davon machen. Es gibt also auch Fotografien, wo in einem Moment alles leer ist, dann ist alles voller Orbs, dann entwickeln die Orbs auf dem nächsten Foto solche Schweife und dann sind sie wieder alle weg. Diese Fotosequenzen gibt es auf alle Fälle und das zeigt dann auch, dass sie sich quasi nicht normal bewegen. Das können sie auch, da hat Geschwindigkeiten von 1000 bis 2000 Meilen pro Stunde ausgerechnet für einzelne Orbs, was die Bewegung angeht. Aber sie können sich auch quasi instantan durch Wurmlöcher bewegen. Und im Prinzip schaut man, wenn man auf einen Orb, der dann plan ist auf einem Foto, schaut man immer in so einen Vortex hinein, letztendlich. Das ist so eine der Theorien. Das ist jetzt ein bisschen so die universelle oder ans Universum angelehnte Theorie von Ledwith. Sehr beliebt sind die aber auch bei, ja gerade amerikanischen Ghost Huntern. Also wenn auch immer da eine paranormale Untersuchung, das heißt also eine Geisterjagd im Prinzip stattfindet und die irgendwie Fotos auswerten, sind die immer total happy, wenn sie irgendwo Orbs feststellen können. Es gibt sogar Videos, wo versucht wird, mit Orbs zu kommunizieren, so nach dem Motto, ja fliegt doch noch einmal durchs Zimmer bitte, bewege dich nochmal, zeige dich nochmal. Und dann auf diese Art und Weise wirklich versucht wird, mit einer Seele oder dem Geist eines Verstorbenen zu kommunizieren. Das ist ganz spannend, weil im Rahmen eures Buches habt ihr ja auch mit den Geisterjägern viel Kontakt gehabt, die es hier in Deutschland gibt. Die machen das in der Regel nicht mit den Orbs. Nein, also da ist, da wird das sehr schnell abgetan. Zu den Gründen werden wir sicherlich gleich noch kommen. Da wird also sehr schnell gesagt, nee, mit Orbs arbeiten wir nicht. Haha, das sind dann eher die Amis. Wieso arbeiten die denn nicht mit Orbs? Solltest du einfach sagen, dass das natürlich nicht stimmt, was wir hier gerade erzählt haben? Ich kann auch kaum an mich halten, ich glaube. Also all das, was wir euch erzählt haben, ist natürlich richtig. All das sagen die Orb-Anhänger, die Orb-Experten berichten all das, was wir euch gerade erzählt haben. Die eigentliche Erklärung für die Orbs, für diese Erscheinungen auf den Digitalkamerafotos, ist natürlich eine vollkommen andere. Und da geht es weder um Dimensionen noch um höhere oder verstorbene Wesen. Aber es ist tatsächlich so, es gibt unzählige Dokus, Videos, Filmbeiträge, Fotos von gerade so, ja, noch so ein bisschen New-Age-Anhängern, die total dieser Theorie der Orbs irgendwie verfallen sind, die da irgendwie totale Fans sind. Noch kurz zu dem Ledworth vielleicht. Der war einstmals katholischer Priester, sogar recht hochrangig, hat auch einen Priesterkolleg geleitet in Irland und hatte dann so ein bisschen Trouble, obwohl, also ich muss da jetzt ganz vorsichtig sein, ist nie bewiesen worden, gibt es für und wieder ein bisschen Trouble mit Vorwürfen, als diese ganzen Missbrauchsfälle irischer katholischer Priester aufkamen. Also da hing er irgendwie auch mit drin, beziehungsweise man hat es ihm nachgesagt, aber es konnte halt nie nachgewiesen werden. Genau, es gab den Vorwurf, so ist die Formulierung. Er ist dann aber ausgeschieden aus dem Priesteramt? Nicht ausgeschieden, er ist gegangen worden. Also man hat ihm dann auch tatsächlich seine Priesterwürden entzogen und seitdem ist er also total auf dem New-Age-Trip und korrespondiert auch mit den ganzen amerikanischen New-Age-Anhängern und hält Vorträge und so weiter und so fort. Also Orbs sind, um es erstmal ganz kurz zu fassen, wir werden das dann gleich erklären, sind in der Regel Regentropfen oder aber auch Staubpartikel, Insektenpartikel, die vom Blitz getroffen werden einer Digitalkamera und dann auf dem Digitalfoto auftauchen. Mehr ist es nicht. Fangen wir mal mit dem Orbs ohne Digitalkamera sehen an in der Theorie von Herrn Leibwith. Und das finde ich schon, das ist tatsächlich eine sehr steile These, denn er berichtet also, ich erinnere nochmal daran, dass sie entweder aus dem ultravioletten oder infraroten Lichtbereich kommen, die Orbs und normale Fotoapparate dort nicht sehen, aber Digitalkameras in dem Bereich noch empfindlich sind. Das mag so sein, das könnte ich jetzt technisch noch nicht mal überprüfen. Ich weiß aber natürlich, dass das menschliche Auge und der menschliche Wahrnehmungsapparat, egal wie lange man denn trainieren möchte, nie Rezeptoren für infrarote oder ultraviolette Strahlung hat, schon gar nicht im visuellen Bereich. Also infrarot, klar, dann wird es warm, also das macht dann die Haut, die merkt, dass es warm wird, man wird aber keinen visuellen Eindruck davon haben. Und ultraviolette merken wir halt gar nicht. Das macht ja diese Strahlung auch für uns so gefährlich, was Sonnenbrand und solche Dinge angeht. Wir sind halt auch nicht so hochentwickelt wie Mr. Leibwith. Gut, vielleicht mag er dann Mutant sein und andere Rezeptoren im Auge entwickelt haben, aber das wäre sehr ungefühlig. Also das ist schon die erste sehr, sehr steile These zu sagen, er könne sie so erkennen. Wobei man ja tatsächlich, wenn man es denn ganz streng nimmt, Orbsen mit dem Wurstseauge sehen kann. Und zwar relativ einfach. Nämlich immer dann, und zwar auch genau so, wie sie eigentlich fotografiert werden, wenn man sich im Kino befindet oder in einem Raum, wo etwas projiziert wird und man in dem Projektionsstrahl die kleinen Staubpartikel tanzen sieht. Da reicht aber schon ein Sonnenstrahl. Also hatte ich neulich erst wieder... Hier ist doch nicht staubig bei uns. Habe ich Staub gewischt, ausnahmsweise mal. Schon war der ganze Raum voller Orbs. Genau. Also all diese kleinen Staubpartikel, die dort rumfliegen, das sind im Prinzip schon die Orbs, die man sehen kann. Jetzt muss man sich nur vorstellen, dass bei einer Digitalkammer, die einen sehr hellen Blitz im Zweifelsfall hat, der Blitz auf diese kleinen Staubpartikel fällt, die im Zweifelsfall auch nur wenige Zentimeter vor der Linse oder sogar Millimeter vor der Linse sind. Das Licht wird zurückreflektiert. Und schon hat man große Erscheinungen auf dem Digitalfoto. Und ganz ehrlich, einige Fotografien, die gezeigt werden, wo gesagt wird, in diesem Moment, das ist das erste Foto, da ist alles leer. Und dann haben wir ein zweites Foto gemacht und sofort waren Orbs überall zu sehen. Da muss man sich natürlich fragen, was ist in der Zwischenzeit geschehen? Das reicht, wenn das eine Wiese ist, dass einer über die Wiese läuft und alles Mögliche an Pollen, Staub, Insekten aufscheucht, dann hast du eben den ganzen Himmel voller Orbs, wenn du dann ein Foto machst. Genau, also das ist relativ gut nachgewiesen. Wir werden da schon eine kleine Doku noch auch verlinken im Forum, wo dann so ein paar Jungs aus den Vereinigten Staaten, die per Video gerne Sachen debanken, das mal demonstriert haben. Es gab Leute, die haben das im ganz großen Stil gemacht. Zwei, also eine Physikerin war das zum einen, Catherine Creeth und ein Psychologe namens Gary E. Schwartz. Die haben sich 2005 mal ungefähr 1000 Fotos mit drei verschiedenen Kameras hergestellt. Also die haben selber Orb-Fotos gemacht und haben halt versucht, dann eben rauszufinden, woran das denn gelegen haben könnte. Und sie konnten bis auf ein Objekt alle Ursachen klären. Also man muss natürlich auch zugeben, es gibt Orbs, die man nicht erklären kann. Da liegt aber dann die Wahrscheinlichkeit nahe, wenn man mal an Occam's Razor denkt, dass die Erklärung, dass es sich um irgendein anderes Partikelchen handelt oder einen anderen Grund eben bei der Kameraeinstellung, wahrscheinlicher ist, als dass es sich da dann nun ausgerechnet um ein interdimensionales Wesen oder eine Seele handelt. Ja, es gibt auch Orb-Fotografie unter Wasser. Da bin ich noch in der Recherche heute Vormittag drüber gestoßen, dass es Orb-Fotos unter Wasser gibt. Da habe ich jetzt so schnell auch keine Antwort gefunden. Sicherlich, war es gerade Occam's Razor schon wieder genannt, ist es eben so, dass es auch dort Lichtverhältnisse oder Effekte geben kann. Vielleicht sogar Plankton würde mir jetzt spontan als Schwebeteilchen unter Wasser einfallen. Ganz leer ist der Ozean ja auch nicht. Auch wenn er so wirkt. Also insofern, aber auch da muss man wahrscheinlich eher von einem optischen Phänomen ausgehen. Und es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn die Orbs nur unter Wasser existieren würden. Weil wenn sie denn Energie sind, ist es ihnen ja ziemlich wurscht, wenn sie nur unter Wasser und nicht über Wasser existieren. Ich fand ganz eindrucksvoll eine Videosequenz von einem Typen, der, wie du schon erwähnt hast, was wir auch verlinken werden, das Ganze auch versucht hat zu debunken. Und der hat wirklich wunderschön gezeigt, es reicht, wenn einer mit einem Auto eine staubige Straße entlang fährt, vorher alles ruhig hinterher, ist wirklich ein Riesenorb aufkommen. Und man kann die Fotos halt vergleichen. Bei Herrn Lugwith in der Dokumentation, die wir uns angeschaut haben, gibt es auch einfach Aufnahmen, wo ganz offensichtlich ist, also gerade da, wo es so ganz eindrucksvolle Orb-Fotos gibt, dass er in einem Regenschauer steht, weil er ist pitchnass. Und wenn man also sozusagen ausblendet das, was er erzählt und sich nur dieses Foto anguckt, dann würde man sagen, ja, so ein Foto habe ich auch schon gemacht, als ich versucht habe, im Regen zu fotografieren und in dem Moment ungünstig der Blitz auf die Regentropfen gefallen ist. Es gibt dann aber auch immer wieder Situationen, wo dann durch die Verschlussmechanismen der Kamera das eben nicht passiert und dann ein normales Foto entsteht. Aber, also ich selber habe auch schon auch Fotos geschossen. Auf die Blende und auf die Schärfentiefe an. Also insofern, je schärfer die Aufnahme, desto weniger Orb. Und die meisten Leute arbeiten ja heutzutage auch mit automatischen Kameraeinstellungen bei diesen Digitalkameras. Das heißt, man weiß in dem Moment in der Regel nie, was die Kamera gerade sich eingestellt und eingemessen hat. Ein Profifotograf weiß ja immer selber, was er mit Blende und all diesen Dingen macht und steuert das selber. Bei den Digitalkameras fährt das Ding ja mit einem Schnitten letztendlich. Wenn das Foto gut und scharf ist, ist einem das ja auch egal. In dem Moment, wo aber dann plötzlich irgendwas Merkwürdiges auf dem Bild ist, ist es für viele Leute gar nicht mehr ersichtlich, was geschehen ist. Und nicht alle Kameras dokumentieren bei den Dateien mit, wie Blende und diese Dinge waren. Die teureren Modelle tun das. Da kann man dann hinterher am Computer gucken, was waren denn die Kameraeinstellungen. Das machen aber die kleinen günstigen Kameras für 99 Euro oder 79 Euro eben nicht. Das Schöne ist, ich finde, so die Orb-Fotografie ist so die neue Geisterfotografie. Während man ja in der Frühzeit fotografische Aufnahmen auch noch ganz viel gemacht hat mit diesen berühmten Doppelbelichtungen und Langzeitbelichtungen. Also da reicht es, wenn einer auf einer Bank sitzt. Es wird belichtet, belichtet, belichtet. Er steht dann irgendwie auf und geht weg und schon hast du irgendwie so eine geisterhafte Gestalt auf dem Foto. Das sind halt so die Traditionen. Und jetzt haben wir halt irgendwie in unserer digitalen Zeit die Orbs. Es soll ja auch an der Stelle, und das kommt auch wieder durch, wenn man sich dann mal in Foren herumtreibt oder die Kommentare unter Artikeln anliest, kommt dann wieder der Vorwurf, ja, die Wissenschaftler wollen nicht daran glauben, sie sind wieder was Besseres, aber es gibt doch mehr zwischen Himmel und Erde. Ach, Staub. Ja, an der Stelle Staub. Das mag ja alles sein, aber wenn mir jemand doch ganz offensichtlich erklärt, wie solche Fotos entstehen und mir das also oft genug und häufig genug auch nachmacht und diese Fotos absolut sicher aussehen. Ja, also denn diese Versuche sind ja auch replizierbar. Dann sage ich doch, okay, es ist wahrscheinlich Staub und das schließt immer noch nicht aus, dass es vielleicht ein Nachleben gibt. Aber dafür gibt es dann keinen Nachweis und Orbs sind es auf gar keinen Fall. Und es wird immer dann gefährlich, und das ist auch das Ende des Films von Herrn Leibwith, wenn dann aus einem optischen Effekt, der in einem Digitalfoto entsteht, eine Weltanschauung entsteht und eine Religion oder ein quasi religiöses Glaubenssystem wieder entsteht, wie ich mein Leben auszurichten habe. Und Sinn darin gesehen wird, wann und wo und in welcher Form die Orbs erscheinen. und gesagt wird, an dieser Stelle dieser Ort ist wichtig oder ich bin ein guter Mensch, weil ich bin oft und häufig von Orbs umgeben. Das ist so eine Götterdeutung. Das haben früher Leute auch gemacht und haben dann Menschen in Vulkane geschmissen, weil sie wollten, dass der Vulkan nicht ausbricht. Weil sie dem Vulkangottfried nicht stimmen wollten. Das ist nämlich die vernünftige Erklärung dafür. Es ist auch perfide mit der Trauer der Menschen zu spielen. Also ich finde gerade diese Geschichte mit dem Pferd irgendwie total furchtbar, weil die Frau garantiert super traurig war, dass ihr geliebtes Haustier, kann man schon fast sagen, ihr geliebtes Pferd gestorben ist und dann auch noch irgendwie so falsche Hoffnungen zu schüren, so nach dem Motto, ja und jetzt fliegt gerade die Seele deines verstorbenen Pferdes per Orb in das Fohlen von deiner trächtigen Stute und jetzt hast du es bald wieder. Das ist irgendwie so verdreht. Das finde ich ganz, ganz grauslich. Spannend auch nochmal vielleicht zum Abschluss die These, wenn denn Orbs die Manifestation von Seelen oder sonstigen Dingen sind, also nicht physischen Lebensformen, warum sie denn dann so eine Kugelform annehmen? Sie könnten ja auch, wenn es ein wiedergeborener Mensch ist, in der Form eines Menschen sozusagen erscheinen und da gibt es auch schon wieder eine sehr interessante Erklärung, die sagt, nochmal auf den Punkt zurück, den du vorhin angeführt hast, sie würden ja auf ein Energieniveau sich herunterlassen, um überhaupt sichtbar zu werden. Um als Kreis zu erscheinen oder als kugelförmiges Element, müssten sie die wenigste Energie aufbringen. Und wenn sie aber in größerer Gestalt auftreten würden, müssten sie mehr Energie investieren, um sichtbar zu werden. Das würde ja wieder den Schluss nahe legen an der Stelle. Also das klingt erstmal toll und plausibel und man sagt ja auch immer, ein Wassertropfen ist rund, Ich denke jetzt gerade auch an Kugelblitze. Kugelblitze, da hat er auch drüber gesprochen, dass Kugelblitze übrigens, genau, Kugelblitze können auch eigentlich Orbs sein. Aber worauf ich hinaus will ist, das ist ja ganz schön scheiße, wenn man pure Energie ist und man trotzdem einen Energieverbrauch hat. Das heißt ja, irgendwas müssen ja auch die Wesen im Jenseits weiter essen, um am Leben zu bleiben. Das ist übrigens der Grund, warum die Ghost Hunter Temperaturmessungen machen, weil sie sagen, damit sich so etwas manifestieren kann, also jetzt kein Orb, aber ein Geist, entzieht dieses Wesen oder diese Seele seiner Umwelt Energie. Das heißt, es wird kälter, aber der Geist kann sich halt manifestieren. Ach so, doof. Ja, nun. Energieumsatz im Jenseits, finde ich doof. Total unpraktisch. Also wenn schon reine Energie, dann immer reine Energie. Da muss ich auch eine Energie sparen. Muss ich ja hier schon überall immer und ständig. Ja, also das wieder eine Folge aus der Kategorie Captain Obvious, wie einige Kritiker uns ja vorwerfen. Naja, aber dafür gibt es einige Leute, die das toll finden, das glauben. Genau. Und wie gesagt, wir werden also durch die Dokumentation, das ist im Audiobereich ein bisschen schwierig, über Orb zu sprechen, aber die Dokus, die wir euch verlinken werden, sind dann eindrucksvoll genug. Und danach könnt ihr dann das, was wir erzählt haben, nochmal gut nachvollziehen und werdet feststellen, wie so oft, außer Spesen, nichts gewesen. Aber tolle Fotos. Genau. Dann lösen wir jetzt erstmal die Geschichte auf. Über, was war es nochmal? Die Kontaktlinsen, die festgebrannten. Ah, vom Aldehyd. Genau. Ja, das interessiert mich doch jetzt auch mal. Die Auflösung. Ja, die Story der Woche mit den fest geätzten Kontaktlinsen eines Chemieprofessors ist natürlich nicht wahr. Das heißt natürlich, also ist nicht wahr. Zum Glück kann ich sagen, dass solche Dinge nicht passieren können. Also solche Unfälle werden garantiert berichtet worden. Das könnte man also nachprüfen, ob es so etwas gegeben hat. Aber es gibt ganz viele Varianten dieser Geschichte. Da gibt es zum Beispiel auch die Version, dass das passiert, wenn Leute ja zu nah an ein Grillfeuer herangehen und dann irgendwie die Augen so trocken werden, dass dann eben auch die Kontaktlinsen ja quasi eingebrannt werden in die Augen. Also ganz schreckliche Dinge. Das Ganze spiegelt natürlich nur wieder so eine leichte Angst, so ein ungutes Gefühl wieder, das man hat, wenn man sich einfach auch etwas aufs Auge setzt. Das kostet ja auch erstmal irgendwie Überwindung, weil das Auge empfindlich ist. Und das macht man halt normalerweise nicht gerne. Man muss sich also wirklich so ein bisschen zusammenreißen. Und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, dass das irgendwie störend ist im Auge oder so, dass dann aber nicht schnell genug loswerden kann, dann kriegt man natürlich schon irgendwie Furcht. Aber nochmal zu dieser Grillfeuer-Variante. Es ist einfach medizinisch auch nicht möglich, dass das Auge komplett, also dass die Flüssigkeit im Auge so komplett trocken wird, dass das überhaupt passieren kann. Also das geht einfach gar nicht. Es sei denn, du bist insgesamt tot. Es sei denn, du bist insgesamt tot. Dann ist es klar, also du müsstest schon irgendwie dich ins Feuer werfen. Schrecklich. Ja, damit das passiert. Aber normalerweise können solche Unfälle, also wo man nur ins Feuer guckt und dann sind die Kontaktlinsen festgebrannt, eben nicht passieren. Dafür zwinkern wir halt die ganze Zeit. So ist das. Und wenn es dann zu trocken wird, in Anführungsstrichen, tut es halt weh. Das war es ja als ehemaliger Kontaktlinsenträger. Ja, gruselige Geschichte, aber zum Glück nichts dran. Ja, das wird auch erleichtert. Ja. Wir haben jetzt ganz viele Dinge, die wir ankündigen und erzählen müssen. Beginnen wir zunächst mal mit dem Preisausschreiben, mit dem Aluhutpreisausschreiben. Da war es ja so, dass wir euch aufgeforderten, Aluhut-Bauanleitungen uns einzusenden. Das habt ihr getan. Wir haben insgesamt von fünf Personen oder auch Teams, zum Teil war auch mal eine Einsendung von zwei Leuten, wunderbare Aluhut-Bastelanleitungen erhalten. Ganz großartig. Vielen Dank, Leute. Die haben also wirklich zu großem Amüsement geführt. Genau, wir werden diese PDF-Dokumente auch noch auf unsere Seite stellen, sodass ihr die dann euch anschauen könnt und auch vor allen Dingen nachbasteln könnt. Es lohnt sich. Die waren aber alle so gut und so qualitätsvoll, dass wir ein großes Problem hatten, denn wir haben ja gesagt, dass drei der Anleitungen mit einem Buch Gedankenwelten belohnt werden und dass die beste Bastelanleitung dann in den Fundus von Herrn Bartoschek übergeht und der sie bei seinen Vorträgen verteilt. Die Realität war folgendes. Wir haben dann lange überlegt, es gibt Videodokumente, wie wir darüber entschieden haben. Die man schon verschollen glaubt, aber die noch gefunden wurden. Ja, also das heißt, es gibt ein YouTube-Video, wie wir drei da die Auslosung vornehmen wollten oder die Kührung des Gewinners. Und mit freundlicher Unterstützung des J&B-Verlages, der ja das Buch Gedankenwelten verlegt hat, der hat dann gesagt, komm, ich liege noch zwei Bücher drauf, wenn das so toll ist. Können jetzt also alle fünf Personen oder Teams ein Aluhut-Buch erhalten. Die sind alle signiert von Sebastian und wir haben noch nicht von allen die Postanschriften, die werden wir in den nächsten Tagen einfordern und dann kriegt er demnächst das Buch Gedankenwelten von Sebastian Bartoschek als Preis. Das leitet über zu einem weiteren Gewinnspiel, was wir heute in der Sendung haben werden. Und wir müssen jetzt schon mal ankündigen, also letzte Woche waren wir ja dann doch leider so erkrankt und so kaputt von der Buchmesse, sodass wir dann die Sendung doch nicht mehr wie geplant am Montag veröffentlichen konnten. Unsere Stimmen tragen jetzt wieder, aber das war nicht so perfekt. Wir werden im Mai auch ein bisschen unregelmäßig sein. Das können wir schon mal ankündigen. Das liegt daran, dass es im Mai sich so ein bisschen knubbelt, was Veranstaltungen angeht. Und zwar wird es so sein, dass es in der ersten Maiwoche den Deutschen Humanistentag geben wird. Da werden wir unterwegs sein. Tage, genau. Das ist nämlich fast eine ganze Woche. Da werden wir gleich drüber berichten. Dann in der darauffolgenden Woche, nicht weniger spannend, die große GWUP-Jahreskonferenz SCEPCon, die in Köln stattfinden wird. Da müssen wir, also Humanistentag werden wir wahrscheinlich keine Folge publizieren können am 5. Vielleicht auch doch, wir gucken mal, aber wir kündigen das schon mal an. GWUP-Konferenz könnte auch wackelig werden. Dann sind wir in dem Wochenende darauf mal im Kurzurlaub. Und zwar werden wir erneut in Leipzig sein. Da sind nämlich ganz viele düstere Gestalten. Das heißt, da werden wir nochmal uns auf dem WGT herumtreiben, ob es da eine sind und weiß ich nicht. Und danach wird es wieder lebhaft weitergehen. Stichwort Leipzig, bevor wir auf die Konferenzen und die Gewinnspiele gleich noch eingehen. Wir hatten ein wunderbares Hörertreffen im Rahmen der Buchmesse. Da waren ganz, ganz viele Leute und das hat uns sehr, sehr gefreut. Und vor allen Dingen, was uns auch gefreut hat, war die Tatsache, dass wir, und wenn ich sage wir, dann schließe ich da jetzt auch mal den Herrn Bartschesteck mit ein, privat unterkommen durften und privat übernachten durften in einer Tip-Top-WG mit WLAN-Schlüssel und einem Zip und Zap, also Dinge, die man im Hotel nicht kriegt. Dafür nochmal ganz, ganz vielen Dank und vielen, vielen Dank für all die spannenden Leute, die wir in Leipzig getroffen haben, mit denen wir gesprochen haben, mit denen wir Fotos gemacht haben, die wir vielleicht auch ein bisschen geärgert haben. Das war ganz toll und das ist immer noch für uns das Großartigste überhaupt, wenn wir mit euch direkt reden können und eure Geschichten nochmal hören können und ihr uns erzählt, warum ihr Huxeler hört und wann ihr Huxeler hört und die ganzen kleinen Geschichten am Rande, die machen es für uns einfach auch total spannend. Und das hat mal wieder gezeigt, ihr seid viel spannender als wir. Also wenn wir bei Hörertreffen sind, dann sind immer alle anderen viel, viel spannender. Also wir reden ja immer nur über Wissenschaft. Da sind ja zum Teil Leute, die machen auch richtig Wissenschaft. Das ist ja noch viel spannender. Na gut, okay. Also das war toll und da wird es auch wieder mehr Hörertreffen sowieso auch geben. Also immer, wenn wir irgendwo sind, machen wir Hörertreffen. Zum Beispiel das nächste dann am 10. Mai in Köln. Wir werden nicht mehr in der Gaststätte sein, die im Moment noch angekündigt ist. Das werde ich nachher von der Homepage runternehmen, weil das Ding ist zu klein geworden. Wir werden den Rahmen sprengen, das wird richtig voll, aber nichtsdestoweniger, wir suchen gerade eine noch größere Location. Kommt trotzdem vorbei, meldet euch auf unserer Homepage an und ich glaube, das wird eine Riesensause. Das wird einfach eine Riesenparty. Und wenn wir dann schon jetzt bei der GWOP-Konferenz und im Hörertreffen im Rahmen der GWOP-Konferenz sind, dann sagen wir nochmal zwei, drei Worte. Nochmal zum Ablauf. Donnerstag, 9. Mai, geht die Konferenz los. Und für all diejenigen, die sozusagen Huxilla-affin sind, ist allein der Publikumstat eigentlich schon Pflichttag. Und das sage ich nicht nur, weil wir die große Ehre haben, die GWOP-Konferenz mit einem Vortrag zum Thema düstere Legenden eröffnen zu dürfen, sondern den zweiten Vortrag wird dann der Herr Bartoschek zum Thema Spukz machen. Und dann wird es natürlich immer wieder gut, denn Marc Benecke wird auch seltsame Dinge erzählen. Und da kennt er ganz, ganz viele von. und zum Abschluss wird er nochmal Marc mit Bernd Harder Magister of Mystery machen. Und das trägt ein Untertitel fünfmal rätselhaftes und dreieinhalb Erklärungen. Mehr wissen wir auch nicht. Nee, aber klingt gut. Und abends gibt es dann noch eine Zaubervorstellung von Ralf Weber, die den Titel ganz normale Wunder trägt. Also sicherlich spannend. Am Freitag geht es dann quasi nachmittags los. Da gibt es einen Vortrag über Pseudomedizin bei Autismus. Auch eine ganz spannende Geschichte. Vortrag, den ich ganz spannend finde, der kommen wird, Alternative Psychotechniken und wie sie Patienten schädigen. Also Vorsicht Seelenfuscher trägt den Titel. Der Autor des Buches Christian Weimar, der Autor des Buches Die Homöopathie-Lüge wird berichten. Und es wird ein Artikel über Akupunktur geben, Wirksamkeit und wo sie nicht wirkt. Martin Lambeck, bekannt aus dem Skeptoskop, wird was erzählen zu Parawissenschaften als gesellschaftlich akzeptierte Parallelwissenschaften. Dann gibt es noch Autismus und Pseudomedizin. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Den habe ich ja gerade schon erwähnt. Habe ich schon erwähnt. Und am Samstag dann gibt es noch einen Vortrag von Holm Hümmler, auch bekannt aus dem Skeptoskop und aus Ruxilla, mit dem Titel Nazis über uns, Flugscheiben. Und das geht ja immer. Merket auf. Das geht ja immer das Thema. Und es gibt noch einen Vortrag zum Thema Sex als Abschluss. Also eine ganz spannende Geschichte. Auf der Seite GWOP.org kann man sich zur Konferenz anmelden. Alexa und ich werden sicherlich da auch am Rande der Konferenz herumschwirren und versuchen, einige O-Töne einzusammeln. Und eben, wie gesagt, das Hörertreffen am 10. Mai, da werden ganz, ganz viele Leute aus dem GWOP-Kontext sein, die ihr kennt, die ihr vielleicht schon im Interview gehört habt und neben den ganzen anderen Podcasts, mit denen wir das Hörertreffen machen, wird es auch nochmal eine gute Gelegenheit geben, glaube ich, ganz viele Leute aus dem Verein kennenzulernen und dann nochmal sozusagen sich ein Bild bei den Vereinen aus erster Hand zu machen. Lohnt sich in jedem Fall. Genauso lohnt es sich und das ist eine Sache, da sind wir jetzt auch stolz drauf. Warum grinst du mich so? Ja, weil ich freue mich darüber, dass wir seit gestern oder vorgestern offizieller Medienpartner sind, nämlich des Deutschen Humanistentages, der in Hamburg stattfinden wird. Und da ist es so, der startet am 30. April mit einem Tanz in den Mai und geht dann vom 1. Mai bis zum 4. Mai, das ist dann eigentlich sozusagen der Konferenztag und da werden jetzt einige Leute sagen Humanismus, Humanisten, was ist denn das? Die ganze Veranstaltung trägt den Titel Gut ohne Gott auf den Menschen kommt es an, was ich einen sehr schönen Titel finde und der Humanistentag läuft parallel zum Kirchentag hier in Hamburg. Veranstaltungsort sind die fliegenden Bauten, ein sehr schönes Veranstaltungsgelände, im Park planten und blumen und für alle, die aus dem Hamburger Raum oder aus dem Norden kommen, sicherlich zu empfehlen, dort hinzugehen. Wir werden das auch alles verlinken und ich sage mal so ein paar Schlagworte, also die ersten beiden Tage der Konferenz werden moderiert von Volker Panzer, bekannt aus dem ZDF-Nachtstudio, den Freitag 3. Mai und Samstag 4. Mai wird moderieren Angelika Kalwas, die kennen wir ja auch noch so aus dem Fernsehen und als Psychologin sicherlich für mich auch nochmal jemand, wo ich auch mal versuchen werde, das Mikro unter die Nase zu halten und mal ein paar Worte von Frau Kalwas zu holen und was beim Humanistentag nicht stattfinden wird, das können wir glaube ich jetzt schon sagen, wer da jetzt so zuckt, es wird da nicht auf die Kirche geschimpft, sondern es wird eben ganz viele Vorträge geben, es wird einen Vortrag zum Beispiel über den NSU-Skandal geben und zwar ein kritischer Bericht zum Stand der Ermittlungen zum NSU-Skandal. Es wird auch einen Artikel oder einen Vortrag geben über nachhaltige Ressourcennutzung, der trägt den schönen Titel Cradle to Cradle sinnvolle Ressourcennutzung heute, wo es um nachhaltige Produktionszyklen geht. Es wird Lesungen von Schulklassen geben zu humanistischen Texten, es wird Bericht über die Geschichte des Papsttums geben. Also jetzt, wenn man sich die Vorträge anschaut, das ist hochinteressant, aber das Schöne an diesen Humanistentagen oder am Humanistentag ist ja, dass das nicht nur informativ und hochspannend ist, sondern das Ganze ist halt auch wirklich irgendwie eine spaßige Veranstaltung. Das heißt, da geht es auch ganz viel um einfach Freudiges, Nettes, Lustiges. Da kann man jetzt schon, wenn man sich das Programm anschaut, feststellen, was für eine gute Stimmung da wahrscheinlich herrschen wird und das lohnt sich auf jeden Fall, das irgendwie mitzukriegen. Genau. Also wir würden ja auch nicht mit jedem Partner von etwas sein, was wir nicht gut finden und nicht davon berichten wollen. Und das Allerbeste ist, ihr könnt Eintrittskarten gewinnen für den Deutschen Humanistentag hier in Hamburg. Und was noch viel besser ist, die Aufgabe wird bei Weitem nicht so schwierig sein wie die Aluhut-Bastleinleitung. Sondern wir werden folgendes machen. Schickt uns doch einmal oder vervollständigt folgenden Satz, nämlich Humanismus heute bedeutet und dann schreibt ihr einfach mal, was Humanismus heute bedeutet. Denkbar wäre jetzt Wikipedia aufzumachen und den ersten Absatz der Wikipedia zu kopieren. Das wäre aber ziemlich langweilig. Ich musste gerade, es gibt doch diese bescheuerten Bildchen irgendwie, Liebe ist wenn, irgendwie. Ja, also seid mal kreativ, seid mal lustig. Wenn ihr nicht kreativ und lustig seid, aber sagt, da würde ich gerne mal hingehen, dann kopiert meintal den Wikipedia-Beitrag, weil wir werden aus allen Einsendungen losen. Also es wird keine Jury geben, die dann irgendwie einen Gewinner kürt, sondern es wird das Los verfallen. Und ihr könnt folgendes nämlich gewinnen. Ihr könnt einmal zwei Karten gewinnen und zwar Gesamtkarten für den gesamten Humanismus-Tag. Das ist dann Preis im Wert von 90 Euro und das ist dann für alle Tage sozusagen, inklusive Distanz in den Mai. Das ist nämlich nochmal so eine Abendparty, die am 30. April stattfinden wird. Das ist der erste Platz und da wird sicherlich auch ein Meet & Greet mit uns dabei sein, wenn das denn einer haben möchte. Und der zweite Preis sind dann nochmal zwei Tageskarten im Gesamtwert von 20 Euro und da könnt ihr euch dann sozusagen aussuchen, an welchem Tag oder an welchen Tagen oder ob ihr an einem Tag mit zwei Leuten kommen wollt, ihr am Humanismus-Tag, Humanistentag, ich sage mal, Humanistentag teilnehmen wollt. Preise insgesamt, die Gesamtkarte kostet normalerweise halt 45 Euro und die Tageskarten 10 Euro. Klingt wie eine Verkaufsveranstaltung, ganz schlimm, aber das ist ganz spannend und kommt mal vorbei und wir laufen da sowieso die ganze Zeit rum und man kann sicherlich da auch mit uns schnacken und da sind Personen angefragt, ich weiß gar nicht, Henning Foscherau sollte vorbeikommen, genau, wird was zum weltlichen Humanismus erzählen, Dr. Michael Schmidt-Salomon ist der Forschungssprecher der John-Argiano Bruno Stiftung, wird was erzählen. Das wird also eine ganz, ganz spannende Angelegenheit und da werden wir in der nächsten Woche auch noch ein Interview haben mit jemandem, der so ein bisschen über den Humanistentag erzählen wird. Dann müssen wir noch einen Nachklapp machen zur Slenderman-Folge. Da wurde uns ja immer vorgeworfen, wir hätten das Spiel vergessen oder die PC und Computerspiele. Ich habe es in den Chat noch reingeworfen an dem Abend, genau. Ja, haben wir. Ja. Wir haben uns so sehr auf das gesamtgesellschaftliche Phänomen gestürzt, dass wir da an der Stelle... Ja, aber das war schlecht, das hat mich hinterher auch tierisch geärgert. Also, ja, es gibt zum Slenderman auch noch Spiele. Ja, heißt das Bekannteste. Es ist ein, ich meine, sogar kostenfreies PC-Spiel, Slender the Eight Pages. Und was übrigens total cool ist, die Jungs, die Marble Hornets gemacht haben, sind eingeladen worden, am zweiten Teil dieses Spiels zu schreiben. Na, guck mal. Also, auch da, ne? Lohnt sich bestimmt. Aber das soll verdammt gruselig sein. Also ich, das ist sowas irgendwie, das könnte ich nicht durchspielen. Ja, ist auch, glaube ich, bei... Wer ist das? Brick? Wie heißt das? Also, Slenderman taucht in anderen verschiedenen Spielen auch auf. Als Ding. Es gibt auch für mobile Endgeräte, iOS und Android, Slenderman-Spiele. Minecraft gab es zum Beispiel auch. Minecraft meine ich, genau. Ja, der Slendy ist überall. Ja, also das haben wir vergessen zu erwähnen, ist uns durchgegangen, habt ihr uns darauf hingewiesen, sprechen wir jetzt gerne an. Und an dieser Stelle vielleicht da auch nochmal der Hinweis, vielen, vielen, vielen Dank für die vielen E-Mails, die wir im Moment bekommen, für die vielen Storys der Woche, für die vielen Vorschläge. Oder einfach nur Feedback, Anregungen, Kritik. Wir versuchen nach wie vor auf alles zu antworten. Das kann aber auch mal zwei, drei, vier, fünf Tage länger dauern. Nimmt es uns bitte nicht übel, weil wir im Moment natürlich ganz viel machen. Die Buchmesse und danach die Nacharbeit an der Buchmesse hat auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Also insofern, wir antworten einfach auf alles. Aber nochmal in eigener Sache, ganz doll die Daumen drücken, dann gibt es vielleicht demnächst ganz tolle, spannende neue Projekte. Also nicht im Podcast-Bereich, sondern vielleicht auch mal so. Alexa ist ganz untriebig. Ja. Auf allen Ebenen. Und für den Podcast können wir jetzt schon sagen, wir waren ja dann noch unterwegs im Osten der Republik, waren noch in Halle, an der Saale. Da haben wir eine ganz spannende Sache gemacht, die demnächst auch noch publiziert wird. Es juckt mich so in den Fingern, das zu verraten. Ich darf es nicht. Das ist so gemein. Machen wir nicht. Das war aber ganz, ganz spannend. Das wird wieder eine sehr, sehr schöne Episode. Und wir haben auch spannende neue Interviewpartner gerade akquiriert für weitere Dinge. Wir bemühen uns, dass es spannend bleibt. Und es wird unter der Woche auch noch eine neue Episode von Behind the Hoax geben. Da gibt es ja durchaus gemischtes Feedback. Die einen sagen, das wäre diese reine Selbstbeweicheräucherung und das fänden sie nicht so gut. Deswegen Behind the Hoax auch grundsätzlich hier als eigener Podcast und nicht hier im Huxilla-Universum. Kann man hören, muss man aber nicht. Genau. Und andere haben schon zig Vorschläge uns geschickt, was sie denn alles von uns wissen wollen würden. Also insofern machen wir das weiter. Und wer sagt, da sind sie mir zu selbst verliebt, dann hört einfach nicht zu. Das ist völlig in Ordnung für uns und für alle anderen, die mehr wollen. Bekommen sie es. Ich glaube, jetzt lassen wir es damit auch gut sein, gell? Reicht mal wieder für diese Woche, ne? Euch allen wünschen wir eine schöne Woche. Wir wünschen euch frohe, ich sage trotzdem frohe Ostern und für alle anderen ein lustiges Hasenfest und ein paar schöne Freitage. Wichtig wäre mir an der Stelle, dass der Winter vielleicht tatsächlich mal irgendwann aufhört und dass es nicht mehr so kalt ist. Dass ich sehe schon nicht mehr so viel Schnee, wenn ich aus dem Fenster blicke, wie vor zwei Tagen. Genau. Und wir hören uns dann wieder am, jetzt müssen wir gerade gucken, ach, warte mal, Gewinnspiel, Einsendeschluss, sowas muss ich ja auch noch verkündigen, ne? 21. April. Gut. Da bin ich sprachlos. Da habe ich dich jetzt mitgekriegt, ne? Und die nächste Sendung am 31. März. In einer Woche. Und bis dahin. Jetzt hör aber auf. Immer schön skriptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoaxilla ist eine Rekordtube-Production aus dem Jahre 2013. Das ist eine Rekordtube-Production. Das ist eine Rekordtube-Production. Das ist eine Rekordtube-Production.